Hallo Welt und auf Wiedersehen Stimme. Ganz ehrlich, so knapp wie heute war ich noch nie davor ein Video, das um 17 Uhr online geht, mit den Worten Guten Morgen zu beginnen. Ja, die Drehbedingungen bei Playzocker vs. Italophila werden echt immer wilder, aber dafür bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem, was wir gestern für euch produziert haben. Wir haben ein Intro gedreht, wo ich in die großen, wirklich gigantischen Fußstapfen von Jerry Lewis treten darf, das für mich als Riesenfan war das eigentlich eine große Ehre. Und dann haben wir mein komplettes Trash Collection Sammlungs-Overview gemacht. Das ist jetzt quasi das dritte Set an Sammlungs-Overviews, das wir fertig haben. Wir haben bereits meine Arrow-Videosammlung, Roberts AVV-Sammlung und jetzt auch meine Trash Collection. Wobei, ich glaube, so viel wie bei der Trash Collection haben selbst wir zwei bis jetzt nicht zu labern fertiggebracht. Ja, meine Trash Collection mit allen 126 DVDs, die bis jetzt erschienen sind, ist in 6 Teilen. Ah, 30 Minuten. Plus ein bisschen mehr beim letzten Teil. Und so, wie wir das Ganze geplant haben, eben mit unserem wöchentlichen Rhythmus, geht der sechste und letzte Teil der Trash Collection-Overview Anfang Oktober online. Also, da braucht ihr dann nicht nur eine Menge Popcorn zum Durchdrücken, sondern auch eine Menge Geduld. Aber, und eine Sache, warum ich euch das jetzt erzähle, ist, dass wir natürlich, nachdem wir gedreht haben, immer noch gemeinsam schneiden, ein bisschen was essen gehen und so weiter. Und da immer sehr, sehr gerne im dritten Bezirk in Wien in das Coopers Number One Pub gehen. Und das war dort gestern nicht einfach nur irgendein normaler Abend. Nein, es gab Live-Musik. Und auch nicht irgendeine Live-Musik, sondern wirklich, wirklich großartige Live-Musik. Ein Sänger, der nicht nur bekannte Lieder, aktuelle oder bereits ältere Nummern großartig interpretiert hat, sondern der auch eigene Sachen mitgebracht hat, die absolut fantastisch waren. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, ich möchte diesen Künstler auf jeden Fall unterstützen und habe mir die CDs, die er dort mit hatte, einfach einmal gekauft. Nämlich einerseits, und da lest ihr auch gleich den Namen, Stuart Neville, findet ihr sicher auf Facebook, kann man sich vielleicht sogar irgendwo etwas anhören von ihm. Wenn das möglich ist, würde ich es an eurer Stelle auf jeden Fall machen. Eine großartige Stimme, ein unfasslich talentierter Mann. An der Stelle auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Shoutout einerseits an Stuart Neville und andererseits an die Crew vom Coopers Number One Pub. Vielen, vielen Dank für diesen großartigen Abend. Da ist jetzt einerseits einmal eine EP mit vier Songs drauf und dann sein ganzes Album, was übrigens, finde ich, ein ziemlich geiles Cover hat. Was mich einfach an geritzte Steine, Marmorplatten erinnert. Und das Ganze sogar noch ein bisschen Mondo-artig rüberkommt. Gefällt mir extrem gut. Und da jetzt nicht von Stuart alleine, sondern mit seiner Gruppe Judo Push. Eine wirklich feine Sache. Und ich finde persönlich auch echt, dass das ganze Artwork von dieser CD absolut genial gemacht. Hier mehr oder weniger schon fast mit dieser Mondlandschaft hier drinnen, könnte man fast sagen. In Grau. Ein Booklet mit den Songtexten und so weiter. Absolut super. Nicht ganz so super, wenn sich da bei mir alles vertschüsst. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz feine Sache. Ich hatte leider noch nicht die Zeit, es mir explizit anzuhören. Aber wenn es auf der CD auch nur ansatzweise so gut klingt wie gestern live, dann bin ich sehr, sehr happy. Apropos sehr, sehr happy. Ist ja wahrscheinlich für euch jetzt etwas, was ihr euch ganz, ganz schwer nur vorstellen könnt. Aber ich finde ja, Deadpool ist eigentlich, ja so ganz in Ordnung. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, wirklich alles zu haben und zu sammeln, wo Deadpool draufsteht. Und da musste dann natürlich auch der Film Soundtrack her. Das ist mehr oder weniger die erste CD, die ich vergangene Woche bekommen habe. Mit der Musik einerseits von Tom Holkenborg aka Junkie XL, der ja auch für Mad Max Fury Road die Filmmusik wirklich großartig gemacht hat. Aber nicht nur Junkies Nummern sind da drauf, sondern auch noch die bekannteren Nummern aus dem Film. Zum Beispiel gleich einmal Angel of the Morning, was super ist als Eröffnungsnummer für den Soundtrack. Vor allem, wenn man ihn so wie ich im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer hören will, als motivierenden Soundtrack zum Laufen. Das hat nicht so ganz funktioniert da. Aber natürlich mit Schub, bekannt aus den ganzen Trailern, Calendar Girl, das mich ein bisschen an einen quasi Remake von Return to Sender von Elvis Presley erinnert hat. Der Deadpool-Rap, Careless Whisper natürlich von George Michael. Aber das absolut, absolut großartige Ex-Gong, give it to you, ist natürlich auch mit drauf. Und ganz ehrlich, ich finde, man kann eine Disc zu Deadpool nicht besser bedrucken, als mit diesem Motiv. Das ist absolut, absolut genial. Passt perfekt in meine Deadpool-Sammlung. Aber, jetzt müssen wir auch da noch nach dem Booklet greifen, nicht nach den Sternen, sondern nach dem Booklet. Denn, da drinnen sind dann noch ein paar andere Bilder aus dem Film. Francis, ha ha ha, sehr weiß. Absolut geniale Sache. Finde ich, auch wenn ich persönlich eigentlich wirklich nie Soundtracks höre, weil ich einfach irgendwie finde, dass diese, dass Filmmusik zwar großartig wirkt, wenn man sie sich im Film anschaut, aber jetzt losgelöst eben von den Szenen, finde ich eigentlich sogar die treibendsten aller Soundtracks irgendwie ein klitzekleines bisschen Fahrt zum Anhören. Aber, auch bei Deadpool ist es wahrscheinlich so, dass ich die Musik von Junkie XL mir jetzt nicht besonders oft anhören werde. Aber, natürlich, als wahrscheinlich biggest Deadpool-Fan alive muss ich mir das Teil gegönnt haben. Dann, schauen wir mal weiter. Mit dem Deadpool-Soundtrack kamen nämlich noch ein paar andere Päckchen von Amazon UK, die ich jetzt an der Stelle einfach einmal relativ flott abhandeln möchte. Es sind nämlich da auf der rechten Seite wieder einige DVDs der Marke 1 bis, glaube ich, 1,90 war diesmal das teuerste, was ich gekauft habe. Und diesmal aber mit dem ein oder anderen Trash dabei, aber in erster Linie mit wirklich guten und bekannten Sachen, die ich auch in meiner Sammlung haben wollte. Beispielsweise Snake Eyes, also heute ist echt der Tag des Umfallens. Brian De Palma, Nicolas Cage, Gary Sinise, ein wirklich cooler Film. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich den einmal im Fernsehen, glaube ich, gesehen habe. Aber, erstens weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, wie der deutsche Titel von dem Film ist. Und außerdem kann ich mich an das, was im Film passiert, gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es ein wirklich, wirklich spannender Thriller war. Und dass ich mir den unbedingt noch einmal anschauen möchte. Und bei dem Preis, bei dem Film kann man, finde ich, absolut nicht Nein sagen. Was ich mir auch geholt habe, was ich irgendwann einmal im Fernsehen gesehen habe, war The Mexican mit Brad Pitt und Julia Roberts. Irgendwie ein Film, wo ich jetzt einmal einerseits finde, dass das Cover relativ schlimm und unpassend ist. Aber ich habe den jetzt gar nicht einmal so, so schlecht in Erinnerung. Gore Verbinski, vor allem Regie geführt, der Mann hinter Fluch der Karibik. Kann man durchaus eine Chance geben, vor allem, weil auch James Gandolfini mit dabei ist. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, das könnte so feine Unterhaltung für zwischendurch sein. Was weder Unterhaltung noch für zwischendurch ist, ist wahrscheinlich einer der besten und spannendsten Thriller aller Zeiten. Acht Millimeter mit Nicolas Cage. Wollte ich unbedingt schon einmal in meiner Sammlung haben. Ich bilde mir jetzt sogar ein, es gibt von dem noch gar keine Blu-Ray. Aber weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Dafür einerseits sogar mit deutschem Ton. Die UK-DVD um weniger als zwei Euro. Vielen Dank. Aber der Film ist absolut großartig. Und ich gehe jetzt einmal fast davon aus, dass diese bekannten Szenen, die ja gerne oft zitiert werden, dass man quasi den einen Mord, ich spoilere nicht und sage nicht von wem oder an wem, nicht nur im Off gehört haben sollte im Kino, sondern irgendwie mehr gesehen haben sollte. Was aber irgendwie niemand beweisen kann, was in Wirklichkeit, so ein geiles Bild, vielleicht auch nur eine Urban Legend ist, so wie auch der Kopf in der Kiste bei Psycho oder die ein oder andere Sache. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass zur damaligen Zeit, wo eben Kinokopien nicht digital vertrieben wurden, sondern noch wirklich als Kinorollen irgendwann einmal auch eine Unrated-Fassung versehentlich, unter Anführungszeichen, exportiert wurde. Und selbst bei so einem großen Film kann ich ja nicht einmal 100% ausschließen, dass nicht vielleicht wirklich eine einzige falsche Kopie irgendwie in Umlauf gekommen ist. Aber ich denke mir, falls es das wirklich gegeben haben sollte, hätte man schon irgendwas finden müssen davon. Aber falls natürlich eine Unrated-Fassung von dem Film kommt oder irgendeine besondere Blu-Ray im Steelbook, würde ich mir den definitiv noch einmal in die Sammlung stellen, weil abgesehen davon, dass der Film absolut genial ist, finde ich dieses Cover irgendwie einfach nur schier. Dann, mir fällt oft dafür, dass ich Julia Roberts nicht leiden kann, jetzt gleich zwei Filme mit ihr. Aber ich liebe ja Filme, wo sich Hollywood mehr oder weniger selber ein bisschen auf die Schaufel nimmt, quasi die Art, wie Hollywood arbeitet, Berühmtheiten und so weiter ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und einerseits mag ich Billy Crystal, mag ich vor allem John Cusack extrem gerne und habe mir dann deswegen gedacht, ich glaube 1,20 oder so hat die DVD gekostet, dass ich diesem Film, der, und da habe ich mir ein paar Kritiken durchgelesen, wirklich lustig sein soll, was so weit geht, dass ich glaube bei Amazon irgendjemand geschrieben hat, my favorite comedy of all times, weil man dachte, okay, kann man, finde ich, definitiv einmal eine Chance geben, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Dann, nachdem ich ja in meinem letzten Live-Update bereits den zweiten Teil von 3 Engel für Charlie dabei hatte, habe ich mir gedacht, ja, na warum nicht, kann man sich vielleicht den ersten auch noch einmal anschauen, erwarte mir in Wirklichkeit von dem Film nicht wesentlich mehr als einfach stumpfsinnige, durchaus passable Action-Unterhaltung und ich glaube, das kann er auf jeden Fall liefern, weil mittlerweile bin ich ja schon so gestört, mehr oder weniger im Vergleich zu meinem Filmgeschmack, dass ich einfach sage, hey, ein Action-Film muss Action liefern und viel mehr brauche ich gar nicht oder erwarte ich mir auch gar nicht. Dann schließt das dann meistens aus, dass man bei irgendwelchen Hollywood-Filmen enttäuscht ist und man kann durchaus Spaß haben. Ich habe auch zum Beispiel den, das weiß ich noch, dass ich den damals gesehen habe, wie er im Fernsehen gelaufen ist und ich glaube, den Schnittbericht gemacht habe zwischen der Nachmittagsfassung und der ungekürzten Abendfassung, dass auch der irgendwie so ein nettes Filmchen für zwischendurch einfach ist. Vor allem, wenn man Harrison Ford mag, kann man sich das durchaus anschauen. Und das sind eben wirklich Sachen, wo ich mir denke, bei dem, was es kostet, kann man sich das definitiv in die Sammlung stellen. Was ich wirklich dringend sehen möchte, ist das hier. Eigentlich unfasslich. Man braucht sich das nur anschauen, finde ich, und lacht schon. Ich meine, ich finde es ja witzig, dass in einem Film wie Kick-Ass mehr oder weniger parodiert wird, der Superheld für Arme. Und das ist ja wirklich Kick-Ass für ganz, ganz, ganz Arme. Ich meine, ganz ehrlich, alleine das D, apropos, es gibt nur einen Superhelden, der einen D im Titel tragen darf, das D auf seiner Brust noch dazu mit Gafferband aufgeklebt. Unfasslich in Wirklichkeit. Der Film schaut so schlecht aus, dass ich jedes Mal, wenn ich aufs Cover schaue, schon eigentlich lachen muss. Also das ist sicher einer, den ich mir relativ bald anschauen muss. Contains Drug Use. Ach, really? Vor allem eigentlich auch ziemlich gut, dieses Disc-Artwork. Eigentlich ist aktuell das Wort Mondo ziemlich weit verbreitet, aber das ist es in Wirklichkeit ansatzweise. Bin ich sehr, sehr gespannt, was der Film zu bieten hat. Was ich mir auch geholt habe, und da fällt alles um, ist Endgame, weil ich mag James Woods. Cuba Gooding Jr. ist auch nicht so schlecht. Ein Thriller, überraschenderweise, wieder einmal eine Billigstorfer-DVD von Sony Pictures. Wie es echt dazu kommt, dass in diesen Billigstangeboten so viele Sony-Titel dabei sind. Unglaublich. Wobei ich auch sagen muss, bei den Filmen, die da dabei sind, kann ich mir auch einfach gut vorstellen, dass Sony dazu neigt, DVDs in relativ großen Quantitäten zu produzieren, die dann vielleicht niemand kauft. Weil ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass sich so wahnsinnig viele auf den Film Bewitched mit Nicole Kidman und Will Ferrell gestürzt haben. Das ist ehrlich gesagt eher so etwas, dass ich mir der Vollständigkeit halber zwecks Zockeplatz der Kragenmöglichkeit in die Sammlung geholt habe. Weil, also ja, die bezaubernde Ginny war ja eigentlich relativ cool, aber ich glaube irgendwie, dass das nicht sehr angenehm zum Anschauen wird. Dafür ist Conspiracy mit Val Kilmer möglicherweise unterhaltsam. Wieder so ein Titel, der in England ab 15 ist, bei uns erst ab 18, könnte einfach nur eine ganz nette Geschichte für zwischendurch sein. Mehr erwarte ich mir von diesem Film definitiv nicht. Und damit ist quasi das Qualitätskino von meinen britischen DVDs abgeschlossen. Wir können weiter schauen auf Prime Target mit Isaac Hayes und Tony Curtis, der ja nie eine schlechte Rolle abgelehnt hat, wie beispielsweise Reptile Man oder Hard Boil mit Michael Dudikoff. Aber war dort als Gangster eigentlich relativ cool. Könnte auch hier wieder ein kleines, durchaus schaubares Filmchen für zwischendurch sein. Wieder eine schöne, schöne billige DVD von Prism Leisure mit relativ furchtbarem Druck drauf. Ziemlich fein. Dann ein Film, ganz sicher nicht Total Recall. Nein, nein, wir sind Total Reality. Genau, Philip Roth übrigens Regie geführt. Nein. Da steht bitte unten drauf. UFO presents a deadly Dilettanz production. Also quasi ein UFO präsentiert einen Film von tödlichen Dilettanten. Das kann ich nicht erfinden, wenn ich das wollen würde. Also unfasslich. Wieder mal diese unfassliche Covergestaltung. Schaut euch das an, wie der Typ da hinten einfach in die Länge gezogen ist. Wissen britische Grafiker von Prism Leisure nicht, wie man ein Bild ausschneidet. Wie man einfach nur einen Teil aus einem Bild nimmt, beziehungsweise wie man ein Bild, das einfach nicht passt, vielleicht nicht nimmt. Nein, da waren wahrscheinlich dann auch die deadly Dilettanz am Werk. Auch etwas wunderschönes, wunderbilliges, vor allem mit grottenschlechtem Cover. Bitte schön, wie unscharf und wie verpixelt dieses Teil da hinten ist, ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und wieder einmal so eine echt schöne DVD, die so ausschaut. Wow. Aber vielleicht anschaubarer Action-Trash. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, ich habe immer wieder ganz gerne gesagt, dass das Glück irgendwie in Grenzen hält. Ganz ehrlich. Ich habe ja da bei den Zavi-Steelbooks wieder mal eines stehen, das noch OVP ist. Ihr könnt euch vermutlich schon vorstellen, was das dann heißt. Leider Kiki's Delivery Service, der nächste Studio Ghibli-Film, nur kaputt gekommen. Habe es ehrlich gesagt noch nicht fertig gebracht, Zavi anzuschreiben. Ich glaube, das werde ich dann heute machen, während jetzt dann dieses Video rendert. Und werde diesmal wirklich eine Mail schreiben, wo man echt einmal testen kann. Und ich teste das heute, ob die Kundendienstmitarbeiter von Zavi die Mails, die man ihnen schreibt, wirklich lesen. Weil ich werde einfach sofort in die Mail hineinschreiben. Leute, folgendes, das kaputt, Austausch-Exemplar. Nein, ich akzeptiere keinen teilweisen Refund. Nein, ich akzeptiere gar nichts anderes. Und ja, ich schicke euch das Steelbook nur dann zurück, wenn ich schriftlich die Bestätigung habe, dass ihr die kompletten Rückportokosten übernehmt. Punkt. Und dann schauen wir mal, was da retourkommt von Zavi. Ich gehe ja davon aus, dass auf diese womöglich doch etwas spezielle Mail einfach wieder einmal nur die Standardantwort kommt. Und dann könnte es sein, dass ich ein bisschen unfreundlich werden muss. Naja, zum Glück das zweite Steelbook, das ich von Zavi bekommen habe, ist heil angekommen. Hier Prinzessin Mononoke. Wo man auch sagen muss, da bei dem Schwert, seht ihr das im Video, ist hier ein ganz leichter Lackschaden vorne. Das ist ja zum Beispiel schon etwas, weswegen einige wahrscheinlich das Steelbook sofort zurückschicken würden. Aber ganz ehrlich, wenn ich so weit gehen würde und das machen würde, könnte ich im Endeffekt ja gar nichts mehr behalten. Und müsste mir alles irgendwie zwei, dreimal schicken lassen. Und das fände ich, fände ich dann schon ein bisschen übertrieben. Auch wenn es nicht perfekt schön ist. Damit kann ich noch leben und auskommen. Gefällt mir extrem gut eigentlich der Druck da auf der Disc. Und gefällt mir auch sehr gut dieses Innenartwerk. Gefällt mir eigentlich auch sehr gut, dass dieses Innenartwerk sehr schön mit diesem Metallic-Look spielt. Das ist echt eine feine, feine Sache. Und nachdem ich ja vorher angesprochen habe, wie es sich mit meinem großartigen Glück bei Zavi verhält, ähnlich ist ja auch eigentlich meistens mein Glück bei Gewinnspielen. Aber vergangene Woche habe ich doch tatsächlich bei einem Gewinnspiel gewonnen. Und zwar auf der Facebook-Seite von Paramount Home Entertainment Deutschland gab es ein Gewinnspiel, wo man die elfte Staffel von NCIS auf DVD gewinnen konnte. Tun musste man dafür eigentlich nicht mehr, außer das persönliche Lieblingszitat von Abby posten. Und ich habe, ich glaube es ist aus einer der ersten Folgen, den Spruch gebracht, wo Abby und Gibbs sich gegenüberstehen und Abby sagt, ja Sir! Gibbs meint, Abby, sag nicht Sir zu mir. Abby, ja Ma'am! Und das ist wirklich ein saugeiler Spruch, weil ich weiß, die Qualität von diesem Spruch hat sicher nichts damit zu tun, dass ich jetzt gewonnen habe. Das war einfach der reine Zufallsgenerator. War eine spannende Sache, dass ich den von Ryan Reynolds signierten Deadpool, wo glaube ich 90 Leute teilgenommen haben, davon überraschenderweise 25 von meiner Freundesliste, weiß nicht wie es dazu gekommen ist, wink wink, trotzdem nicht bekommen habe, bei Chancen, die ja bei einem Gewinnspiel eigentlich besser nicht sein konnten. Und da bei einem Gewinnspiel, wo glaube ich sicher 1000 Leute oder so mitgemacht haben, ging es an mich. Also vielen Dank an der Stelle an Paramount für dieses Gewinnspiel. Ich freue mich riesig auf diese beiden DVDs und darauf mir die Folgen anzuschauen. Was ich ja auf den ersten Blick, also heute haue ich wirklich alles um, auf den ersten Blick absolut genial fand, ist die Tatsache, dass ich sofort den Eindruck hatte, Paramount schafft es echt von der mehr oder weniger ersten Staffel an, das Design von diesen NCIS Staffeln aufrecht zu erhalten. Und ich habe deswegen einmal ganz schnell mitgebracht, die letzte Staffel, die ich auf DVD habe, unfasslich heute. Die sechste Staffel, da liegt natürlich eine Menge dazwischen, aber man sieht, es schaut ansatzweise gleich aus, es passt ansatzweise zusammen, aber doch nicht wirklich so perfekt. Was sich Paramount offensichtlich auch nicht nehmen hat lassen, ist die Tatsache, dass man die Serienstaffeln nach wie vor gesplittet rausbringt, als 11.1 und 11.2 in diesem Fall, war ich noch nie ein großer Fan davon, weil das eigentlich meistens nur heißt, dass die Staffeln dann im Endeffekt wesentlich teurer werden dadurch. Dafür finde ich aber diese Art der Serienverpackung extrem praktisch, weil man eben diese Mini-Keep-Cases hat, diese Slim-Cases, wo hinten man gut nachlesen kann, welche Folgen wo drauf sind, was da passiert, ist für eine Serie, finde ich, eine angenehme, platzsparende, praktische Verpackung. Und da kann ich echt nichts dagegen sagen. Das Einzige, was ich bei Paramount immer wieder interessant finde, ist, dass sie das Disc-Design in dem Fall offensichtlich nur für den deutschsprachigen Markt gemacht haben, weil ja nur das FSK-Logo drauf ist und nicht auch noch die Freigaben aus England und Irland. Aber trotzdem sind alle Episodentitel auf Englisch abgedruckt, was mich persönlich dahingehend eigentlich nur stört, dass hier die Episoden auf Englisch stehen und dann hier draußen auf Deutsch. Und man jetzt dann teilweise trotzdem nicht weiß, okay, die Folge heißt Kugelsicher, da ist eine Folge, die heißt Bulletproof, das könnte eigentlich dieselbe sein, aber muss nicht immer der Fall sein. Von daher wäre das natürlich eine interessante Sache. Aber macht nichts, ich freue mich auf jeden Fall, möchte jetzt natürlich auch nicht so viel Kritik üben, weil einerseits schaut man dem geschenkten Gaul nicht ins Maul, andererseits mag ich die Serie NCIS sehr, sehr gerne und freue mich daher auf die Folgen, die man sich zwischendurch gerne, gerne einmal anschauen kann. Dann machen wir vielleicht wieder mal auf der linken Seite weiter mit dem einzigen, überraschenderweise, Mediabook, das dieses Mal in meinem Update drinnen ist. Ich sage ja gleich dazu, dass diese Woche, ich glaube bis jetzt noch kein einziger Titel, aber von den Sachen, die jetzt kommen, wer vergangene Woche mein Live-Sammlungsupdate verfolgt hat, an der Stelle übrigens ganz, ganz liebe Grüße, hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich möchte das sehr, sehr bald gerne wiederholen. Allerdings finde ich, dass die Live-Sammlungsupdates eben für wertvolle Sammler-Editionen nicht ganz so fein sind, weil sie vom Kamerawinkel her so sind, dass ich der Meinung bin, so wie ich das jetzt filme, kann ich euch einfach die Mediabooks, Steelbooks und so weiter schöner und besser präsentieren. Und vor allem, was natürlich eine andere Sache ist, ich sehe dasselbe, was die Kamera sieht und kann dadurch ein bisschen besser auf gewisse Sachen eingehen. Habe dieses Mediabook eben schon da im Live-Update ganz kurz vorgestellt, aber bin eben der Meinung, dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist in der ganzen Flut an Billigsdorfer DVDs von meinem Willhaben-Einkauf. Deswegen zeige ich euch diese Sachen jetzt einfach noch einmal im Detail, damit ihr euch da ein Bild machen könnt. So ist jetzt da eben das Mediabook von 400 Days. Mein Gedächtnis war auch schon mal besser. Mit einem Bonusfilm der Maschine mit dabei. Sehr interessante Idee eigentlich, weil gewohnt sind wir ja in erster Linie DVD plus Blu-Ray-Mediabooks. Dass jetzt allerdings in einem Mediabook nur zwei Blu-Rays drinnen sind und das noch dazu mit zwei verschiedenen Filmen. Why not? Den zweiten Film habe ich auch noch nicht in der Sammlung, auch noch nicht gesehen. Also kann ich mich darüber wirklich nicht beschweren. Worauf ich schon ganz, ganz gespannt bin, ist der Film Crimson Peak von Guillermo del Toro, der jetzt hier gelandet ist im Steelbook. In der deutschen Version war natürlich wieder so ein Fall, wo ich zuerst, weil zuerst eben die Zavi-exklusive Version angekündigt wurde, das Ganze in England bei Zavi bestellt habe. Aber so wie ich es aktuell eigentlich immer mache, sobald ansatzweise bekannt wird, dass das Zavi-exklusive Steelbook nicht das einzige ist, das zu einem Film erscheint, sondern dass es auch noch ein deutsches Steelbook oder irgendwo einen Full Switch oder sonst irgendwas gibt, dann bevorzuge ich natürlich in jedem Fall, egal was es ist, die Version, die nicht von Zavi ist. Ich glaube, jeder andere Sammler hätte schon längst einen gigantomanischen Haufen auf Zavi gesetzt und würde einfach den Shop boykottieren und dort nichts mehr einkaufen. Das Problem für mich ist halt eben einfach, dass ich zum Beispiel diese Disney Steelbooks nach wie vor sammeln und eigentlich so gut wie vollständig halten will und dass mir das persönlich im Weg wäre, wenn ich jetzt eben gewisse Reihen, wie zum Beispiel auch diese Studio Ghibli Collection im Steelbook, dann nicht mehr komplett hätte. Aber, nachdem jetzt meine Stimme ganz unauffällig durch den Raum gewandert ist, ich brauche euch da nichts vormachen, damit ich mir mehr oder weniger meinen Coverheber holen und basteln kann, kann ich jetzt nämlich auch den Klebepunkt hier entfernen, um euch das Innenartwork vom Steelbook zu zeigen. Aber zuerst schauen wir mal aufs Backcover. Das sieht ja, finde ich, eigentlich relativ fein aus. Gefällt mir recht gut. Das Einzige, was mir an diesem Steelbook überhaupt nicht gefällt und ich glaube, ich glaube, ihr könnt es erraten, ist einfach die Tatsache, dass es im Hochglanzformat ist und okay, das ist gar nichts. Ich würde sogar fast zu weit gehen und sagen, bis du teppert, ist das schier. Das ist echt, also eigentlich echt, eigentlich, wenn ich es mir jetzt so recht überlege, ist das ganze Steelbook eigentlich ziemlich sauschielig. Also auch das Front- und Backcover-Artwork, es hat einen eigenen Stil, der nehme ich jetzt einmal an, auch zum Stil vom Film passt, weil sonst wäre es noch schlimmer, aber gefallen tut mir das optisch da gar nicht. Dann machen wir jetzt einmal auf der linken Seite weiter, bevor wir dann quasi mit Arrow-Video abschließen und kommen zu den ganzen Serienstaffeln, die da stehen. Amazon hatte nämlich vor kurzem ein Angebot mit zwei Serienstaffeln auf Blu-Ray um insgesamt 30 Euro und das war relativ nett, weil beispielsweise die Staffeln von Hawaii Five-O, die da stehen, einzeln 30 Euro gekostet hätten bei Amazon und zwei zum Preis von einmal, like these odds. Ich wollte mir sowieso insgesamt, jetzt sind wir mal zwei für 30 und dann stehen da zwei, vier, sechs, sieben Teile. Wie kann das sein? Ganz einfach, die erste Staffel von Crossing Lines hat auch außerhalb von dieser Aktion 14,99 gekostet. Das heißt, ich habe mir diesen Titel außerhalb von der Aktion dazu bestellt und die anderen eben natürlich mit der mit der 1, also mit der 2 für 30 Aktion. So kann ich mir jetzt endlich einmal zumindest die erste Staffel von American Horror Story anschauen, falls ich da dazu komme und falls ich nicht komplett ausraste, weil das sicher für Serien die schlechteste Verpackung ist, die ich jemals gesehen habe. Grundsätzlich gibt es für mich zwei Arten, wie ich Serien gerne verpackt sehe. Das eine ist aufwendig in schönen Sammelboxen und das andere ist ziemlich platzsparend, weil ich ja große Platzprobleme habe. Aber auch wenn diese Hülle sehr platzsparend ist, was für mich gar nicht geht, ist die Tatsache, dass die Disks da drinnen eigentlich nicht einmal gerade drinnen liegen können. Die schauen immer in irgendeine Richtung, weil da irgendwas immer ein bisschen zu eng ist, weil bei dieser Halterung dann da unten die Disks irgendwie ganz komisch nach oben gedrückt werden. Also wer sich dieses Verpackungssystem einfallen hat lassen, bis denn du deppert, das ist echt schlimm. Vor allem können wir uns noch die drei Disc-Artworks anschauen. Eine ganz, ganz furchtbare Sache, wie das ausschaut, schlimm. Bei Blu-Rays finde ich sowas, ich meine, im Prinzip nicht so schlimm wie bei DVDs, weil Blu-Rays durch die schöne kratzfeste Unterseite mehr oder weniger da jetzt nicht Gefahr laufen, zerkratzt zu werden. Wobei, wenn wir gerade beim Thema platzsparend sind, die Staffeln von Hawaii 5.0 nehmen nicht mehr Platz weg als American Horror Story, ganz im Gegenteil, glaube ich, vielleicht ist es sogar ein Millimeter weniger und fassen nicht drei, sondern fünf Disks. Wobei gut, das ist ja das Nächste, was ich dieser Box negativ anrechne. Wenn man sich nämlich hier ansieht, wie dieser Knopf da in der Mitte aussieht, ist es ja ganz offensichtlich, dass das eine Box ist, die wahrscheinlich bis zu sechs Disks fassen kann und die halt da jetzt einfach nicht voll ist, was auch der Grund ist, warum das da alles so deppert herumfliegt. Also ja, Fox, eine hässliche Hülle mit schlechten Verschlusssystemen nehmen, die außerdem nicht für die Menge an Disks geeignet ist, die man dann letztendlich reingibt. Ist, muss man schon sagen, ein absoluter Fail. Dafür ist Paramount bei den drei Staffeln von Hawaii Five-O nicht schlecht. Dabei, was ich da übrigens extrem toll finde, ist die Tatsache, dass einerseits, und da kommt jetzt wieder das ins Spiel, was ich vorher gesagt habe bei Navy CIS, die Titel der verschiedenen Folgen sind, sind nämlich in der englischen Originalfassung offensichtlich alles hawaiianische Begriffe und in Deutsch wurden aber ganz normale Folgenbeschreibungen genommen, so wie immer. da haben sie es dann zumindest netterweise so gemacht und haben die Originaltitel in Klammer daneben hingeschrieben. Das ist ein sehr, sehr feiner Zug von Paramount, weil ganz ehrlich, wenn ich da einfach nur die Beschreibungen gelesen hätte, würde ich jetzt zum Beispiel nicht wissen, welche Folge Lanakila, Nanalowale, Koolauloa und so weiter dann in Wirklichkeit auf Deutsch sind. Also da hätte ich dann womöglich leichte Probleme damit, die richtige Folge zu finden. Nein, ganz ehrlich, da sind in dieser Hülle sechs Disks untergebracht, die man wirklich gut bekommen kann. Wenn man sich jetzt da bei American Horror Story beispielsweise nur die dritte Disc anschauen will, weil man eben genau gerade dort ist, kann man die ersten beiden auch rausnehmen und dann keine Ahnung auf die Seite am Tisch legen oder wie sie sich das vorstellen da bei Fox finde ich wirklich absolut wild. Da lobe ich mir an der Stelle doch wirklich Paramount, die das da für Hawaii Five-O sehr gut gelöst haben und die beispielsweise auch Hüllen nehmen, die für die Disc Anzahl passen, weil die nur fünf Disks umfassende zweite Staffel hier dann zum Beispiel leer ist. Naja, außerdem da eben noch die dritte Staffel, damit bin ich quasi mit Krimi-Unterhaltung für Zwischendurch wieder einmal ausgestattet und freue mich ehrlich gesagt, dass solche Serien auch auf Blu-Ray erscheinen können, warum beispielsweise Navy CIS, was eigentlich als Serie sicherlich höhere Quoten bringt und sicherlich beliebter ist als Hawaii Five-O, wo man dann übrigens, sehe ich jetzt gerade bei der dritten Staffel, nicht mehr die Originaltitel dazu geschrieben hat, also vielen Dank, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ein alter, bekannter Kanalua ist. Naja, war das bei der zweiten auch schon so? Schauen wir mal. Ja, genau, da haben sie sich auch gedacht, na geht, das wären ja 20 Wörter, die man noch schreiben müsste, das ist sich scheinbar nicht mehr ausgegangen von der Zeit her. Naja, Paprika ist quasi die Vorgeschichte von Battlestar Galactica, wo ich ja die komplette Serie habe, die komplette Serie gesehen habe, mit Starbuck, die ja wirklich, wirklich cool war, Colonel Adama war eine nette Serie und da dachte ich mir, ich mochte sie, auch wenn ich jetzt ganz, ganz böse sein muss und sagen muss, also ich meine, brutal spannend waren die meisten Folgen nicht, also es war für mich eine relativ anspruchsvolle Serie eigentlich, die mich über weite Strecken ein bisschen gelangweilt hat, aber wo dann immer wieder spannendere Folgen kamen, wo dann auch die Zylonen ein bisschen mehr Screentime bekamen, die es für mich eigentlich auf jeden Fall alleine schon wert gemacht hat, mir die Serie anzuschauen und alleine von dem, was da an Themen, an Sachen drin verarbeitet wurden, das war eine wirklich tolle Serie, auch wenn sie jetzt eben nicht hochspannungsmäßig optimiert war, außerdem eine Serie, die mich schon wirklich interessiert, ist Crossing Lines mit Donald Sutherland, was ich sehr, sehr cool finde, William Fichtner ist auch ein toller Schauspieler und bin ich sehr, sehr gespannt auf dem nächsten Comic-Event, auf dem ich sein werde, ist auch der Schauspieler Tom Lashija, das ist dann in Linz ein Event, wo, falls ihr vorbeischauen wollt, am glaube ich 19. und 20. Dritten, ich werde das dann natürlich nächste Woche mit ein bisschen mehr Details sagen, im Design Center Linz ist es glaube ich, wo ich gemeinsam mit dem Alex vom DVD-Forum auch irgendwie ein Bühnenprogramm machen möchte, ein Gewinnspiel live, aber auf eine Art, wie wir es bis dato noch nie gemacht haben, da freue ich mich sehr drauf, ich werde das Ganze dann natürlich wieder mitfilmen und euch in Videoform präsentieren, aber dabei sein ist in dem Fall alles, weil ganz ehrlich, gerade bei den abgefilmten Gewinnspielen ist es ja so, dass man nichts gewinnen kann, was schade ist, wer dort ist, hat natürlich immer die Chance auf irgendwelche coolen Preise, so habe ich da jetzt einmal zumindest die ersten zwei Staffeln von der Serie, die dritte ist auch schon erschienen, was mich ein klitzekleines bisschen stört, da ist die Tatsache, es sind zwölf Folgen drauf und das auf zwei Discs, also ob, ich meine ich glaube jetzt nicht, dass da die die Kompression wirklich komplett brutal zuschlagen wird, weil ich glaube sonst hätte es Studio Kanal nicht so gemacht, gut sie haben auch die Spines so gemacht, wie ich jetzt sagen würde, das geht gar nicht, aber ich denke mir, das würde, das könnte schon passen, auch wenn ich persönlich mir jetzt da eher ein 3-Disc-Set vorstellen hätte können, außerdem neu in meiner Sammlung sind die letzten beiden Platinum Cult Editions, natürlich in den limitierten Versionen im Schuber, wieder einmal sehr sehr nett gemachte Sachen im Holopapier, mir gefällt irgendwie dieser silberne Druck da dazwischen bei dem Cover relativ gut, natürlich das gewohnte Backcover, aber ebenfalls für mich eine Sache, ich wende ja bei den PCE-VÖs das Cover immer drinnen, nicht nur damit ich das hässliche FSK-Logo wegbekomme, sondern weil ich es ehrlich gesagt auch wesentlich cooler finde, wenn dann das eigentliche Keepcase ein anderes Cover-Motiv hat als das Hauptcover vorne drauf, wieder einmal mit einem Gutschein, mittlerweile sind wir schon über die Nummer 20 drüber, das heißt ich kann mittlerweile wieder mal einen Gutschein einlösen für die nächste größere Edition, die kommt, ich hebe ihn mir ja sehr sehr gerne auf, weil nachdem der Herr Krekel gemeint hat, man kann diese Gutscheine für alles einlösen, dann würde ich ganz ehrlich da eher so boxen, beziehungsweise dann die Blu-Rays aus der PCE, die ein bisschen teurer sind, wie beispielsweise mit meinen ersten Coupons, habe ich mir die Leon Blu-Ray geholt, wo ich mir damals gedacht habe, als sich alle über den hohen Preis aufgeregt haben, dass da vielleicht jemand nicht mitgedacht hat und nicht daran gedacht hat, dass man theoretisch eben das mit den Coupons auch finanzieren kann, von daher, ja, da ist ein Cover-Artwork, das mir eigentlich wirklich gut gefällt, bei Mean Guns von Albert Pughn, ist damit, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sogar schon der dritte Film von Albert Pughn in der PCE, nach Slinger, nach Nemesis, jetzt auch Mean Guns, eine relativ coole Geschichte, wieder auch als zwei-Disc-Set, mit einem kleinen Booklet dazwischen, wo ich jetzt mal ganz kontrollieren muss, also es gibt de facto keine PCE aktuell, die mir fehlt. Sehr gut, die ersten 24 sind allesamt bei mir, werden wir uns dann sicher auch irgendwann einmal, wenn wir bei Playzocker vs. Italo vieler dabei sind, bei den Sammlungs- Overviews, wird sicher auch einmal ein Overview-Video zur PCE beziehungsweise Ähnlichem zusammengefasst geben, dann, wir sind ja mittlerweile schon auf der Zielgeraden, habe ich mir vom neuen James-Bond-Film Spectre die koreanische Full-Sleep-Version von Kimchi geholt, die einerseits, und das werden wir dann gleich sehen, natürlich das bekannte Steelbook enthält, leider, aber dafür einen wirklich genial gemachten Full-Sleep, wenn ich den nämlich hier jetzt einmal bewege, sehen wir, dass da quasi zwei Arten von Finishes drauf sind, bei Daniel Craig selber ist es einfach Hochglanz-Finish, und bei dem Skelett-Typen im Hintergrund ist es so eine, ich könnte sagen, das ist eigentlich dieses Leder-Finish, das ich sehr, sehr gerne habe, sonst ist es total matt, es ist der Filmtitel noch dazu geprägt hier unten, also von dem, was man mit einem Full-Sleep machen kann, hat Kimchi da echt das Maximum rausgeholt, das Einzige, das mir da jetzt auffällt, weil ich bin ja Full-Sleeps mittlerweile gewohnt, aber eher in dickerer Version durch Film-Arena, durch Plain Archive, das sind eigentlich die meisten wesentlich dicker, weil nicht nur das Steelbook da drinnen steckt, sondern eben auch dann andere Sachen wie, keine Ahnung, ein paar Bilder, Aushangfotos, sonst irgendwas, worauf Kimchi da verzichtet hat, dafür, und ich nehme jetzt aber diese Karte nicht runter, ich weiß nicht, ob da jetzt der Grafiker irgendwie vergessen hat, darauf diese Karte zu gestalten, ich finde es eigentlich eher fad, würde mich irgendwie interessieren, was da auf der Rückseite ist, aber, ja mal, nehmen wir es runter, geht das, geht das, geht das, ja, geht ganz vorsichtig, oh, das ist eigentlich schon relativ fein, eigentlich eines der bekannten Motive aus dem Film, das ja eigentlich auch das Steelbook-Cover ist, aber, recht schick gemacht, muss man sagen, und was ich auch cool finde ist, und man kann jetzt da da mit einem Klebepunkt, das ist wirklich einer der leichtgängigsten Klebepunkte, die ich jemals gesehen habe, dieses Backcover wegtun, hat dann hier ein Backcover auf dem Full Slip, wo wieder einmal die Filmbilder beziehungsweise Daniel Craig mit dem absoluten, also mit dem glossiesten Full Gloss, den ich jemals gesehen habe, verarbeitet wurden, was ich persönlich aber noch spannender und noch interessanter finde, ist die Tatsache, dass hier nicht einfach nur ein Backcover Blatt verwendet wurde, sondern das mehr oder weniger ein voll funktionstüchtiger Quarter Slip ist, den man ebenfalls eigentlich um das Steelbook herum geben kann, vielleicht ist es eben auch wirklich so gedacht, dass man dieses Teil dann am Steelbook direkt befestigt, ich lasse es einfach so, wie es ist, so ist es auch ziemlich praktisch und da kommen wir jetzt eben auf den Teil, der verarbeitet wurde für die Limitierungskarte, für die Rückseite dieses Einschussmotiv, sogar geprägt, das Ganze, ich meine, ganz ehrlich, ich habe schon öfter gesagt, ich bin kein Fan von schlichten Artworks und deswegen, ich sage es, also schlichte Artworks, ja, wenn irgendwie kreativ, aber das ist einfach schaß, das ist einfach nichts, das ist ein schwarzes Full-Gloss Steelbook mit zweimal demselben Motiv drauf, noch dazu, plus Filmtitel, ja, dass es geprägt ist, ist eine feine Sache, aber schwarze Full-Gloss Steelbooks gehen für mich schon einmal aus Prinzip gar nicht, weil ich irgendwie nicht einmal weiß, wie ich das Teil angreifen soll, ohne dass danach irgendwie 20 Fingerabdrücke drauf sind, das ist absolut, absoluter Müll, was ich dafür relativ nett finde, ist, dass hier doch ein paar Karten dabei sind, dieser Sticker mehr oder weniger war auf der Verpackungsfolie drauf, den habe ich von der runtergenommen und natürlich nicht weggeworfen, sondern hier drinnen gesaved, noch einmal mit dem selben Motiv, hier noch einmal dasselbe, was auch auf dem Frontcover von dem Steelbook ist, das heißt, wenn ich das jetzt zähle, dann ist dieses zerbrochene Glasmotiv auf der Kimchi GVÖ von Specter insgesamt fünfmal verwendet worden und das ist, finde ich, absolut furchtbar. Das Steelbook grundsätzlich für das Kanja Kimchi nix, das ist, glaube ich, wirklich das, das weltweit verwendet, das deutsche Steelbook sein, aber ganz ehrlich, das hat der Film nicht verdient, auch wenn mir Robert gestern gesagt hat, dass er Specter als absolute Frechheit empfunden hat und als einen der schlechtesten Filme aller Zeiten seiner Meinung nach, beziehungsweise vor allem den schlechtesten Bond, kann ich mich dazu noch nicht äußern, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber, da fällt mir jetzt gerade erst was ein, wir sind ja gewohnt bei uns die großen FSK-Logos und so weiter, aber hier quasi auf der Kimchi-Version von Specter ist das Ganze gelöst mit so Piktogrammen und ich finde ja dieses Schrei-Logo absolut genial. Also das ist echt, das ist echt wild, was sie da verwendet haben und gemacht haben, super Sache. Dann, wir kommen mehr oder weniger zum vorletzten großen Teil von meinem heutigen Sammlungs-Update, nämlich dem, was mir Arrow Video geliefert hat und da gibt es diesmal zum allerersten Mal seit langer Zeit einen Film, der nur auf DVD erscheint. Warum? wird wohl nur Arrow Video wissen, ich gehe jetzt einmal einfach davon aus, dass es da keine HD-tauglichen Ausgangsmaterialien mehr gibt, was mich ein bisschen wundert, weil das ist sicher einer der jüngsten Filme, die Arrow Video bis jetzt gebracht hat, genauer gesagt ist der Copyright-Hinweis da unten aus dem Jahr 1996 ist auch wirklich eine Schmalspur VÖ Sondergleichen, weil es noch dazu die einzige Arrow Video VÖ seit Ewigkeiten ist, die kein Booklet hat, also was das soll ist für mich eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar, was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass das wirklich mit Abstand eines der hässlichsten Arrow Video Cover aller Zeiten sein muss, das ist einfach nur Grottenschirch und dann denke ich, haben wir echt gedacht, okay, vielleicht gibt es von dem Film nicht wirklich schönere Artworks, ja, na genau, und dann ist das da drinnen, ein gezeichnetes, wunderschönes, saugeiles Cover, das man natürlich perfekt für diese VÖ verwenden hätte können, so aber, wie es Arrow Video gemacht hat, also ich war noch nie so verleitet, bei einer Arrow Video DVD das Wendekover zu verwenden, ich habe ja schon in meinen Arrow Video Overviews gesagt, dass ich das aus Prinzip nie mache, selbst dann, wenn mir das Wendekover besser gefällt als das Originalmotiv, im Sinne der Einheitlichkeit muss alles mit dem Originalmotiv bleiben, da hätte ich das wirklich durchbrochen, alleine schon aufgrund der Tatsache, damit der Spine dann im Endeffekt nicht schwarz ist, sondern weiß, wie er eben dann auch zu den anderen Arrow Video DVDs passt, aber sogar das haben sie verbockt bei dieser VÖ, weil einfach auf dem Spine das BBFC 18 Logo fehlt und das geht natürlich gar nicht, wenn die Spines einheitlich sein sollten und jeder Arrow Video Spine eigentlich diese Altersfreigabe drauf hat, dann kann es natürlich unmöglich sein, dass ich da plötzlich einen Spine dazu stelle, wo das nicht so ist. Ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, Euda, der Typ dreht langsam komplett durch, das ist ja wirklich unfasslich, wie pedantisch der drauf ist, aber ganz ehrlich, ich bin, was sowas betrifft, gerne pedantisch, weil das ist, also das ist wirklich mit Abstand the worst Arrow Video Release of all time und ich hatte den Film noch nicht im Player keine Ahnung, wie der Film ist, beziehungsweise wie die Qualität der DVD ist, Bonusmaterial dürfte es auch keines geben, weil es steht zumindest auf dem Cover nichts drauf, also ganz ehrlich, das ist echt eine Billigsdorfer DVD, die nicht zu Billigsdorfer Preisen verkauft wird, aber wir machen einfach weiter und irgendwie ganz ehrlich, heute im heutigen Sammlungsupdate kommt niemand irgendwie gut weg, weil auch für das Takashi Miike Audition Steelbook kann ich mit dem Arrow Video Bashing eigentlich nicht aufhören, weil ich persönlich finde dieses Cover einfach nur grotenhässlich. Also mir gefällt das gar nicht. Null. Nada. Niente. Ich meine gut, dass die Spritze und der Titel und das Gesicht gerade diesen metallischen Schimmer verwenden, finde ich cool, weil es ja bei Arrow Video Steelbooks eigentlich sehr sehr selten ist, dass sie damit arbeiten, dass es ein mattes und kein Hochglanz Steelbook ist, finde ich sehr sehr fein, aber abgesehen davon finde ich dieses Design jetzt absolut unansprechend. Also ganz besonders hier hinten muss man ja eigentlich wirklich sagen, das ist gar nichts. Das ist nichts, so wie das ausschaut. Also was soll das sein? Was soll das sein? Das schaut für mich irgendwie aus wie der Versuch eines Mondo Artworks, der einfach kläglichst gescheitert ist. Naja, drinnen haben wir dann wieder ein bisschen Werbung, Bloodfeast, dann ein kleines dünnes Booklet, naja, und drinnen dann die Discs, ebenfalls im Stil des Frontcovers produziert, bedruckt und darunter auch, ehrlich gesagt, ein Innenartwork, das grottenhässlich ist. Ganz ehrlich, das sind zwei Seiten mit zwei Bildern und fertig ist ein Innenartwork von einem Stilbuch nicht eigentlich dazu da, dass man da ein durchgehendes Bild macht? Und noch dazu ist auch die Qualität von diesem Druck, finde ich jetzt einmal nicht so prickelnd. Man sieht ja sogar da in der Mitte vom Stilbuch genau die Grenze zwischen diesen beiden Artworks, also Artworks nenne ich das jetzt nicht, sagen wir Bilder. Bist du Teppert ist der Schirr, Wahnsinn. Arrow, what the hell is wrong with you? Das ist ja furchtbar. Ich meine, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob ich jetzt heute, abgesehen davon, dass ich alles umschmeiß, irgendwie komisch drauf bin und Sachen kritisiere, die eigentlich gar nicht kritikwürdig sind, aber ich finde das echt einfach sauschirr. Ende der Durchsage. Gibt es eigentlich nichts mehr zum Sagen. Auch das Cover von Shiba Baby ist jetzt nicht das Beste, das Arrow jemals gemacht hat, aber ist eigentlich ein ziemlich geiles Motiv. Das kann man schon sagen. Es ist ein gezeichnetes Cover. Es ist, finde ich, jetzt bin ich erschrocken, ein Cover, das relativ ansprechend ist. Ja, ich sage schon nichts mehr zu den Backcover Artworks von Arrow Video, weil die werden sich nicht mehr ändern. Auf beiden Discs, der Film ist drinnen als DVD und als Blu-Ray, gibt es kleine Bildis von Pam Greer. Als zweites Wende-Cover Artwork gibt es das. Eigentlich auch ein ziemlich schickes Motiv, aber einerseits nicht gezeichnet, andererseits nicht das Original Arrow Video Motiv und generell dürfte das bei Arrow üblich sein, sehe ich jetzt gerade, dass diese Wende-Cover Motive nicht die BBFC-Freigabe auf dem Spine mehr haben, selbes Cover wie da, weil da ist es auch nicht. Aber wie gesagt, das fällt mir vielleicht jetzt wirklich erst zum allerersten Mal auf, weil ich bis dato noch nie auf die Idee gekommen bin, ich könnte das Ganze wenden, von daher, ja, aber Reform School Girls ist wirklich hart an der Grenze zur bösen Facebook-Nachricht. Dann die Nikatsu Diamond Guys mit drei Filmen Volume One, vielleicht könnte irgendjemand von euch, weil ich halte euch für sehr, sehr kompetent und vor allem in diesem Bereich sicher kompetenter als ich, vielleicht kann mir irgendjemand in die Kommentare schreiben, was das eigentlich ist, weil mich wundert ganz ehrlich sogar, dass das BBF-12 Niveau-Filme sind, dürfte aber irgendwie eine Reihe sein, ich sehe gerade, die Filme sind sogar aus den späten 50er Jahren und ich habe aber original, schauen wir zuerst einmal auf das Innenart, ja, man kann natürlich auch einfach drei Poster von drei Filmen zu einem Cover zusammen kopieren, das ist natürlich nicht besonders schön, irgendwie das schaut mal aus wie, das schaut irgendwie komödienmäßig aus, ich habe ich habe echt original keine Ahnung wer oder was diese Mikatsu Diamond Guys sind, falls da irgendjemand eine Information für mich hätte, wäre ich sehr dankbar, alternativ natürlich könnte ich höchst wahrscheinlich auch einfach das Booklet lesen, das ja diesmal bitte fast 40 Seiten hat, also sehr, sehr umfangreich ausgefallen ist und ich gehe fast davon aus, würde ich das lesen, würde ich auch wissen, was da los ist, naja, eine recht nette Sache, dann kommen wir zum nächsten Titel, das wird jetzt wahrscheinlich einer sein, der von euch einige interessieren dürfte, denn wir kehren zurück zu Mario Bava, mit einem finde ich wirklich schön gezeichneten Motiv, das im selben Stil gehalten ist, wie das Cover von Nikatsu Diamond Guys und Five Dolls for an August Moon weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, wie der Film auf Deutsch heißt, aber für mich als Giallo Fan ist natürlich eine vollständige Mario Bava Sammlung ein absolutes Muss, hier mit einem Wende Cover Motiv, das mir persönlich nicht wirklich gefällt, aber ja, eine feine Sache und auch diesmal wieder mit The Night Evelyn Came Out of the Grave ein Super Film Titel mit einem umfangreichen Booklet das leider beschädigt ist, wo wir Bilder, Text haben und so weiter, ja, ja Arrow habt ihr da wieder gut gemacht, aber eine der wahrscheinlich interessantesten Arrow Video VÖs ist der Schuber der jetzt da gelandet ist, das ist nämlich der Film Beyond the Valley of the Dolls von Russ Meyer das ist mehr oder weniger Russ Meyers Hollywood Film der von niemand anderem geschrieben wurde und ich muss das jetzt mal ganz nahe in die Kamera halten als Roger Ebert einer der größten bekanntesten Filmkritiker weltweit hat einen Russ Meyer Film gescriptet war auch glaube ich wenn mich jetzt nicht alles täuscht persönlich befreundet mit Russ Meyer und hat eben deswegen dieses Skript geschrieben das einerseits auch glaube ich ein bisschen in Richtung Film Satire und so weiter geht eine Hollywood Satire die dann halt eben Russ Meyer auf womöglich seine persönliche Art und Weise umgesetzt hat gesehen habe ich den Film nicht ich hatte ihn aber eben spätestens seit ich durch die ganzen Nachrufe von Roger Ebert als er damals leider verstorben ist von dem Film gehört habe war ich so perplex dass eben der Typ der bei seiner Kritik von Caligula original reinschreibt this movie said the lady in front of me at the drinking fountain is a piece of shit und so war seine Filmkritik von Caligula finde ich absolut super derjenige der quasi seine schlechtesten Filmkritiken also zu den schlechtesten Filmen in Buchform veröffentlicht hat unter dem Titel your movie sucks schreibt einfach einen russ mayer film finde ich absolut großartig wobei der dann natürlich als mediensatire etwas etwas komplett anderes ist was ich auch wenn wir da jetzt durchschauen durchs booklet das ebenfalls wieder sehr sehr umfangreich ausgefallen ist eine coole sache und sogar umfangreicher ein kleines bisschen als das booklet zu nikatsu diamond guys kann man sicher auch eine menge lernen ist dass in diesem set nicht nur beyond the valley of the dolls drinnen ist sondern auch the seven minutes was der zweite hollywood film von russ mayer ist also alle alle die großen filmen von russ mayer wobei groß in filmen von russ mayer immer andere bedeutung gehabt hat sind da in diesem set drinnen wobei der unterschied ist dass nur der film beyond the valley of the dolls auf blu-ray vorliegt und the seven minutes nur als dvd das andere nette an der sache ist dieses set dieser schuber ist limitiert auf nur 3000 stück nette geschichte eigentlich könnte man diese völ loben aber aktuell bin ich heute wirklich im absoluten arrow video bash modus weil für mich persönlich geht überraschender weise auch dieser schuber gar nicht weil aus zwei gründen erstens auch hier auf dem spine vom schuber die bbfc freigabe steht was fehlt was einfach nicht zu den anderen schubern von arrow video passt und was auch noch dazu kommt und das ist etwas was mich ehrlich gesagt wirklich ziemlich ärgert ihr wisst ja ich war immer ein großer fan von diesen mehr oder weniger arrow video fensterschubern also wo da quasi ein ausgeschnittenes fenster war mit einem plastik dahinter und man sich das cover aus vier möglichkeiten selber aussuchen konnte diese schuber waren allesamt so gemacht dann hat arrow wahrscheinlich einfach aus kostengründen mit dieser art der vö aufgehört und bringt die titel einfach nur mehr so ohne schuber ohne gar nix und nur mehr mit zwei motiven naja war ich schon kein großer fan davon dann sind sie jetzt her gegangen und haben vereinzelte titel auch als schuber version wieder angeboten aber die schuber war nicht so wie bei den ersten schuber sondern okard schuber also quasi was ich bezeichne als vertikalschuber und jetzt gibt es quasi in meiner arrow video sammlung zwei arten von arrow schuber es gibt die weißen fensterschuber und es gibt dann die neueren nicht einheitlich gestalteten okard schuber wo genau stelle ich jetzt den dazu der passt nicht zu den fensterschuber der passt nicht zu den okard schuber der passt generell nirgends hin weil diese bbfc freigabe fehlt also jeder der auch nur ansatzweise wert auf einheitlichkeit im regal legt kriegt da wieder mal wirklich extrem ans bein gepinkelt das finde ich absolut nicht in ordnung und ich erwähne ja schon gar nicht dass dieses cover absolut furchtbar ist mein ganz ehrlich für mich schaut das bild aus wie einer klonschüssel heraus fotografiert oder da dem ding und alle schauen so wow na unfasslich unfasslich dann vielleicht schaffen wir es jetzt einmal dass ich bei irgendetwas Arrow Video technisch heute nichts zum kritisieren habe ein cover und ich muss jetzt ich glaube das muss vom selben Zeichner sein wie wie das Beyond Platten cover das wäre dann wenn mich jetzt nicht alles täuscht Graham Humphreys aber es steht leider nirgends das ist die erste box aus dem American Horror Project und ich bin echt gespannt eigentlich ist ja diese Reihe an Arrow Video Blu-rays etwas relativ gewagtes weil nicht nur American Horror Project Volume 1 sondern eben auch Nikatsu Diamond Guys Volume 1 bin echt gespannt ob es da jemals zu Second Volumes kommt weil ich jetzt einfach bei beiden Boxen Sets nicht so wirklich das Gefühl habe dass das Titel sind die wahnsinnig viele Leute interessieren auch natürlich interessant ist was für ein Set sie dem American Horror Project spendiert haben und was ihnen Nikatsu Diamond Guys wert war weil ganz ehrlich drei Blu-rays in eine normale M-Ray Hülle hauen ist finde ich auch grundsätzlich nicht Arrow Video würdig naja dafür und deswegen ist es mir persönlich ganz wichtig dass diese Reihen weitergehen es steht da am Spine ein großer Einser und das wäre einfach irgendwie deppert wenn ich zumindest noch eine Volume 2 kommen würde da der einzige Unterschied zwischen dem American Horror Project und den Nikatsu Diamond Guys ist die Tatsache dass die drei Filme die da drinnen sind nämlich Malatesta's Carnival of Blood The Witch Who Came from the Sea und The Premonition Filme aus den 70er Jahren nicht nur auf Blu-ray vorliegen sondern eben als DVD plus Blu-ray Edition jeweils der Schuber an sich über den kann ich wirklich kein schlechtes Wort sagen da sieht man glaube ich wie absolut stabil und großartig dieser Schuber ist wir fangen einfach einmal an mit Malatesta's Carnival of Blood ich persönlich bin kein großer Fan von diesem Cover Artwork Stil mir gefällt das ehrlich gesagt nicht so gut da steht dann übrigens schon Not to be sold separately gehe aber trotzdem davon aus dass diese Titel irgendwann einmal auch einzeln kommen die Amrays an sich sind relativ leicht in dem Fall weil da keine Booklets drinnen sind Hui ist das schlimm Hui ist das Fart dieses Artwork weil das Booklet ist natürlich wie von den Arrow Video VÖs gewohnt extra das Einzige was ich an diesen Cover Artworks von der American Horror Project Reihe nicht so schlecht finde ist die Tatsache dass sie wirklich einheitlich sind also wenn wir uns da Carnival of Blood herstellen und The Witch Who Came From The Sea dann ist es eigentlich derselbe Stil also mir dadurch nicht besser gefällt ist natürlich eine andere Geschichte aber hier bei The Witch Who Came From The Sea ist übrigens ein sehr sehr schönes alternatives Plakat Motiv gezeichneter Natur einfach ziemlich reißerisch und absolut cool was mir da jetzt auffällt ist dass bei den Wende Cover Spines nicht nur die BBFC Freigabe nicht drauf ist sondern auch dieses American Horror Project Label nicht was eigentlich irgendwie nicht so schlecht ist wenn man sie dann alle wendet weil sie dadurch falls man sie einzeln kauft ein bisschen von der Reihe losgelöst sind aber wenn man beispielsweise so wie ich nur eines wenden würden wollte weil einem einfach da das Alternativ Cover besser gefällt und da nicht würde das nicht wirklich gut ausschauen dann schauen wir zum letzten zum dritten Titel The Premonition hier einmal ganz ganz kurz die drei Einzelcover im Überblick bevor wir uns das näher anschauen ist muss ich fast sagen von den drei Cover noch das was mir am besten gefällt irgendwie irgendwie hat das zumindest ansatzweise was wobei gut man darf wirklich in dem Fall nicht gemein sein wobei ich zu dem Poster schon gemein wäre und kann einfach sagen so schlecht sind die so schlecht sind diese Artworks eigentlich gar nicht also irgendwie ist es schon ganz okay und da kommen wir jetzt dann eben zum Booklet ist für die Arrow Video Boxen eigentlich ein relativ knappes Booklet dieses American Horror Project Journal Number One aber trotzdem finde ich relativ gut gemacht mit ungefähr werden wir gleich schauen ich glaube geschätzt 60 Seiten circa aber es sind wirklich Informationen Texte und so weiter zu allen Filmen mit dabei und damit passt das schon hat Arrow eigentlich eine ganz ganz nette Box auf die Beine gestellt wenngleich ich wirklich sagen muss ich habe von keinem einzigen von diesen drei Filmen bis jetzt auch nur ein einziges Wort gehört aber das ist halt wenn man Kompletist ist und wenn man alle Arrow Video Sachen haben will dann muss man das halt auch haben so wir kommen zu dem was für einige womöglich die Hauptattraktion im heutigen Sammlungsupdate ist Robert ich schau dich an an der Stelle das sind nämlich die drei Vinyl Schallplatten die ich neu bekommen habe ich habe mir zwar den Deadpool Soundtrack als CD gekauft muss man sagen das hat einen relativ einfachen Grund es gibt kein Vinyl davon sollte irgendjemand von euch eine Vinyl Version vom Deadpool Soundtrack auf unter die Augen kommen dann bitte seid so nett und schreibt mir das irgendwo und irgendwie weil nachdem ich gesagt habe I have to buy all things Deadpool würde ich mir selbstverständlich diesen Soundtrack als Vinyl Version noch einmal kaufen aber schauen wir jetzt einmal zu dem Soundtrack von und ihr dürft gerne raten ich glaube es ist vor allem aufgrund der Augen hier nicht allzu schwer dass das Lucio Fulci's The Beyond ist und damit habe ich jetzt dann mehr oder weniger die wichtigsten Lucio Fulci Soundtracks beisammen auch diesmal wieder eine Sache von Death Walls Recordings was mir da auffällt ich habe es natürlich schon gesagt wie ich andere Death Walls Schallplatten bekommen habe ich persönlich bin ja kein großer Fan von diesen Backcover weil ich finde es einfach fad ich finde zum Beispiel das erste was mir sofort aufgefallen ist ist dass bei diesen schwarzen Balken die da bei den Filmclips dabei sind wo ich mir erstens mal denke wozu sind die überhaupt da warum hat man die nicht ausgeschnitten hier bei diesem einen Bild die Balken dünner sind als bei den anderen also was auch immer das soll wer da auch immer wie auch immer diese Screenshots gemacht hat das das geht gar nicht also das schaut für mich wirklich absolut unprofessionell aus da ist der Rest von diesem Backcover verhältnismäßig eigentlich schon schön für mich war das auspacken von dieser Platte eine riesengroße Enttäuschung muss ich leider dazu sagen weil im Gegensatz zu den anderen Soundtracks die ich da bekommen habe von Death Walls von Lucio Fulci Filmen ist es diesmal einfach nur eine schwarze Platte wobei man jetzt natürlich in meiner Vinylsammlung auch schon sagen muss da sind die schwarzen Platten ja schon fast was besonderes weil ich definitiv mehr Colored Vinyls habe als schwarze von daher kann passieren ich weiß es gibt definitiv andersfarbige Vinyl Versionen von diesem Soundtrack aber ich persönlich bin ehrlich gesagt nicht bereit Unsummen für diese Teile zu bezahlen weil ganz ehrlich alleine der Versand würde man sie eben bei Mondo direkt kaufen kostet der Versand einmal 30 Euro von dieser Vinyl Platte und ich glaube dann ist das noch dazu ein Shop wo mehr oder weniger in den AGBs steht wenn irgendetwas beschädigt wird beim Transport Pech was ich relativ wild finde aber ich gehe jetzt davon aus dass das dann im Endeffekt auch nicht so wild gehandhabt wird zutraue ohne dass dieses Teil in Bruchstücken bei mir ankommt ich weiß auf jeden Fall dass ich sicher nicht 30 Euro Versand bezahle wo dann natürlich noch Zoll dazu kommt sprich es kommt von den 30 Euro die der Soundtrack an sich kostet kommen noch die Zollgebühren dazu das sind dann die nächsten 7 Euro plus natürlich diesen 10 Euro Spaß Aufschlag für die Post das heißt statt 30 Euro für einen Vinyl Soundtrack würde da die farbige Mondo Version mich wahrscheinlich im Endeffekt 80 Euro kosten und ganz ehrlich no way no freaking way am I gonna pay that aber meine Vinyl Sammlung ist auch vergangene Woche um eine der muss ich wirklich sagen schönsten Platten erweitert worden das ist Nightbreed Cabal die Musik von Danny Elfman finde ich einer der großartigsten Komponisten unserer Zeit der mit den Simpsons und mit Geschichten aus der Gruft finde ich zwei der genialsten Intro Sequenzen zu Fernsehserien gemacht hat der finde ich generell einen sehr sehr coolen Stil hat und da bitteschön wirklich ein großartiges Artwork auf dieser Platte aber nicht nur außen absolut genial sondern auch innen und hier wenn ich jetzt gleich dieses Innen Artwork aufklappe werdet ihr gleich sehen bist denn du Deppert das ist wirklich eine der schönsten Platten die ich in meiner Sammlung habe also das das ist absolut fantastisch das ist wirklich wirklich traumhaft schön geniale Sache absolut genial und im Inneren dann eine natürlich wieder Colored Vinyl endlich und zwar diesmal in weiß mit so roten Dupfern und roten Flecken das das gefällt mir auch sehr gut das finde ich saugeil wunderschönes Ding wunderschönes Ding und das ganze auch noch dazu gehen wir einmal einfach vom Arrow Video Bashing nahtlos ins Deathwalls Recordings Bashing über abgesehen davon dass die natürlich auch das großartige Graham Humphreys Artwork haben wo ich ja gesagt habe dass ich das Backcover nicht wirklich so schön fand sind wir jetzt da bei Waxwork Recordings die ja wirklich nicht nur außen sondern auch nach innen die ja so eine Gatefold Vinyl gemacht haben die man aufklappen kann wo auch und ich glaube das sieht man wenn ich so Richtung Kamera halte die Pappe von diesem von diesem Ding absolut dick absolut stabiler Karton einfach nur absolut Sache das einzige was hier schade ist einfach nur also anhören kann ich nicht weil leider ich keinen Plattenspieler habe aber nicht nur das ist dabei da ist auch noch ein Blättchen einfach drinnen einseitig bedruckt mit einem weiteren Artwork das ich persönlich einfach ziemlich cool finde also das ist eine super super Sache würde mir ehrlich gesagt auch Nightbreed gerne einmal anschauen aber ist nicht wirklich leicht zu bekommen so einer geht noch eine Sache haben wir noch nämlich den Far Cry 4 Soundtrack und das ist eine relativ interessante Geschichte warum ich mir den geholt habe das war ganz einfach ein Sonderangebot also ich war bei Amazon UK unterwegs und habe mir angeschaut was es für Soundtracks gibt habe da noch irgendwie durch Zufall glaube ich nur auf die aktuellen Charts geklickt um zu sehen ob da irgendetwas dabei ist das ich auch haben möchte und da schien dann plötzlich auf Platz 1 der Far Cry 4 Soundtrack auf mit dem einfachen Grund er hat 16 Pfund gekostet 16 Pfund für einen Game Soundtrack auf Vinyl ist finde ich ein absoluter Spitzendeal vor allem weil es sich hierbei um ein Gatefold Set handelt mit nicht einer nicht zwei sondern mit drei Schallplatten drinnen hier innen übrigens finde ich auch sehr genial gemacht das einzige was ich irgendwie nur schade finde an diesem Triple Vinyl Set ist die Tatsache dass auf einer Seite von diesem Gatefold eine Platte ist und auf dem anderen zwei da ich gehe einmal davon aus dass es technisch möglich wäre ein Three Way Gatefold zu machen also dass man noch einmal aufklappen hätte können ob das dann extrem viel teurer gewesen wäre weiß ich nicht im Sonderangebot um 16 Pfund also sagen wir mal über 20 Euro habe ich auf jeden Fall zugeschlagen vor allem weil es nicht nicht nur drei Vinyls sind sondern natürlich drei Colored Vinyls ja ja take that Death Waltz nämlich hier einerseits in Orange man merkt außerdem auch also diese Platte ist ja total voll das sieht man echt dass die die Musik wesentlich mehr Platz in Anspruch nimmt als eben auch beispielsweise bei Death Waltz und ich glaube nicht dass es so wenig Musik gäbe zu Beyond ich könnte mir vorstellen dass einfach der Soundtrack nicht vollständig ist einerseits Orange andererseits und da hinten waren eben standardmäßig diese zwei Platten drinnen da kommt jetzt dann die nächste in Grün eigentlich auch eine relativ schicke Angelegenheit und die letzte ist dann blau muss ja mittlerweile schon fast sagen also Colored Vinyls sind einfach geil wobei ich das schon fast gar nicht gewöhnt bin dass diese Vinyl Platten einfärbig bedruckt sind mittlerweile hat sich es ja schon fast bei dieser Soundtrack Industrie die eigentlich aktuell relativ bunt auf Vinyl herumgesprochen dass man diese Vinyl Schallplatten mit so einem Muster bedruckt wie eben beispielsweise auch Nightbreed also wenn man mich jetzt fragt von diesen drei Vinyl Soundtracks die ich heute im Sammlungsupdate vorgestellt habe welche VÖ mir persönlich am besten gefällt dann ist es eine eindeutige und ganz ganz leicht zu beantwortende Frage das ist definitiv Nightbreed ich muss mich jetzt dann wieder ein kleines bisschen immer von der Kamera wegbewegen um quasi wie gewohnt das Schlussbild für heute zu erzeugen damit wir uns quasi noch einmal im Überblick anschauen können was wir heute vorgestellt haben und ich gehe jetzt schon einmal also ich entschuldige mich jetzt einmal vorläufig ich sage es ist jetzt bei mir auf der Uhr 14 17 das Sammlungsupdate dauert ungefähr eineinhalb Stunden das heißt ich weiß jetzt schon dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ausgehen wird dass dieses Sammlungsupdate pünktlich um 17 Uhr online war das tut mir natürlich leid aber es war nicht anders möglich weil ich heute eben das Sammlungsupdate erst am Sonntag drehen konnte und nicht schon am Freitag beziehungsweise am Samstag vorproduzieren so wie ich es normalerweise eigentlich mache das ist sich einfach aus Zeitgründen nicht ausgegangen weil ich ja gestern mit dem Blade Soccer vs Italophila Dreh beschäftigt war aber ich hoffe dass ihr mir deswegen nicht allzu böse seid dass es für euch kein wirklich schlimmer Verlust glaube ich ist wenn ihr ein paar vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde länger warten musstet auf das heutige Update ich habe auf jeden Fall jetzt fertig sag an dieser Stelle noch einmal ganz ganz liebe Grüße an Robert für die genialen Drehtage und hoffentlich auch für die für euch ansatzweise anschaubaren Videos ich sag noch einmal vielen vielen Dank an Stuart Neville und das Team vom Coopers Number One Pub am Rennweg im dritten Bezirk in Wien ein wunderschöner Abend gestern nicht nur unter Anführungszeichen super wie gewohnt sondern noch super ich sage nicht danke an Zavi für das kaputte Steelbook ich sage nicht danke an die Post für das kaputte Steelbook ich sage nicht danke an Arrow für diese Veröffentlichungen die in dem Monat rausgekommen sind ich sage nicht danke an Death Waltz für das Backcover von The Beyond Soundtrack und die Tatsache dass die Platte schwarz ist alle anderen die ich heute erwähnt habe können ich sage nicht danke an Fox für diese grottenschlechte American Horror Story Hülle und ich sage noch einmal nicht danke an Arrow Video für Reform School Girls und alles andere was sie verbockt haben ich sage aber wirklich vielen vielen Dank an euch fürs Zuschauen mit fast eineinhalb Stunden das längste Sammlungs Update das ich jemals gemacht habe aber es gab diese Woche so einiges zu bequatschen ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr dann nächsten Sonntag wieder einschaltet pünktlich natürlich wie immer um 17 Uhr online hier auf meinem Kanal oder halt falls irgendetwas dazwischen kommt ein kleines bisschen später was definitiv pünktlich kommt ist die neue Folge von Playzocker vs. Italophila am Donnerstag ob es diese Woche ein Frag den Zocky gibt weiß ich ehrlich gesagt noch nicht das hängt einfach nur davon ab ob ich es am Dienstag schaffe das Ganze zu filmen Mittwoch kann ich auf jeden Fall nicht filmen Montag kann ich auf jeden Fall nicht filmen und heute ist mein Kalender eigentlich auch schon voll ich muss jetzt dann nämlich weiter zocken gehen und Heavy Rain spielen und schreiben und arbeiten und bla aber ich habe mich sehr sehr gefreut darüber euch meine Neuerwerbungen von der letzten Woche jetzt einmal gebündelt zeigen zu können ich hoffe dass ihr beim anschauen zumindest ansatzweise Spaß gehabt habt wünsche euch eine wunderschöne Woche und egal was ihr macht bleibt einfach so cool wie ihr seid und schaut vielleicht nächsten Sonntag wieder mal rein wenn es das nächste Sammlungsupdate gibt oder am Donnerstag bei Playzocker vs. Italophila oder nicht überlassen bleibt es natürlich euch danke ciao und bis zum nächsten mal